Ehm, Bananen, wir brauchten sowas Äh, nen Affe Äh, Grotti Hihihi Hihihi Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Sea of Sea... Hier auf der Blackpawl Äh, die springen ins Wasser Mit dem Juden alten Apfel Und... Hallo Ähm, Fienflak Stark Stark Du 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 Auf der Heide Nein Auf der Heide Äh, falsches Game Warum schieß ich einfach Ah, Lull, was machen die denn hier? Die töten, sollen wir aber weiterfahren? Warte, 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 warte Stop, warte, warte, warte Digger, was hat der da vorgehabt, Alter Was ist, wenn man die mit der Harpune hintet? Ey, das macht Minimal Damage Aber rein theoretisch, wenn du sie komplett voll swamst Könntest du sie damit töten Ich glaub, die kommt nicht mal an, oder? Ich seh das grad nicht, weil es so dunkel ist Doch, wenn du, wenn du Gegner hittest, dann zieht die direkt wieder hin Achso Aber es macht halt maximal wenig Damage Für der eine Strauch Oder? Der hinten kommt so geil Ja, scheiß auf die Mit den Anker Egel Nee, Anker ist gar nicht Anker ist? Ich hab einfach Siegel Ich hab nur Siegel angezogen Ah, fang ihn auf, fang ihn auf, fang ihn auf, fang ihn auf, oh Gott Du hast ihn hochgetan, ich dachte, du hast sie runter Ich hab ihn nie runtergetan, ich hab nur die Siegel eingefahren, damit wir nicht so lassen Achso, ich dachte, ich dachte, sie war noch runter Ja, same Sind die Kanonen beladen? Er fährt los, ich tu ihn einfach wieder runter Sind die Kanonen beladen? Die ist beladen Die ist nicht beladen Die ist nicht beladen Nee Die ist beladen Hast du noch Dinger? Ja, ich hab noch Ich lad alle noch Ich nehm mir auch noch mal ein paar Kugeln mit Kann man insgesamt nur 10 Kugeln mitnehmen? Ja Okay Ja Okay, Kanonen sind beladen Für was kann man Ehapuna am besten noch benutzen? Äh, unsicher ein Schiff anzusetzen, wie wir in das Karpone ist Du kannst da auch einfach Teammates wieder Also allgemein alle Spieler wieder reinziehen Ach, lull Ja, schön Ja, genau Äh, jetzt gerade auch Da gibt's auch heftige Plays, dass du einfach so einen Gegner von seinem Schiff runterziehst Und ihn dann bei dir zuerst Ah, lol Du kannst auch, wenn du Du kannst sie fixieren Das heißt, du kannst an ein Schiff ranhapunen und dann fixieren dann Kommt ihr nicht mehr weg Zum Karpern Ja, genau Sozusagen Du kannst dich dann auf die Rand ziehen Dann werden die langsamer und du kommst näher Ach, das hab ich Ich war da gestern War wir mit Jordan Ähm Zu mir auf dem Schiff zugefahren Und ich hatte ein Fleck auf dem Bildschirm Und es sah aus, dass hinten die Kanonkugel geschotzt Und ich so Oh, sie schießen auf uns Ich denk mir nicht so, Jürgen, was hast du genommen? Achso, das vordere Segel ist nicht aus Ich könnte auch die Segel ausrichten im Wind Ja, ich hab erst gedacht, das soll so sein, aber ja, okay Hätte ja sein können, dass du irgendwie einen Plan hast Nee, nee Okay, wir fahren jetzt Thread auf Eisel of Last Wars in den Zoo Da sollten wir nicht hin, etwas nach rechts oder links steuern Ich bin, ich bin Profi Ich hab da studiert Ich war jahrelang auf der Seefahrerschule Du warst doch der Kapitän der Titanic, oder? Ah, keine Ahnung ob wir da durchpassen ist Äh Ey, nie im Leben Learning by doing Ne 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 du hast du also kannst du mit galle war auch um steinern ist auch gebracht haben was ist dieses licht hier die wasser nach oben ist das ist ein reaper chest die kannst du nur bei den schnitter knochen abgeben bringt recht viel geld wird auch auf der karte markiert hat also jeder weiß dass du die hast ach so das war dieser sport wo die meisten immer hingehen aber dass das wirklich so viele gehen gar nicht dahin kommt drauf an wird das licht dann auch immer da angezeigt wer die kiste hat oder wie wenn du sie da aufsammelst geht das licht glaube ich weg weil das nicht so oft aktualisiert aber auf der karte wird es markiert wenn auch die karte ist da ist irgendwo so ein gelber totenkopf müsse das sein ist mir überhaupt hin ist das hier perfekt perfekt sie kommt weg ach was für ein schöner tag um zu segeln wir kommen ziemlich schnell alles im griff ich finde schön dass das lied wo ich gespielt habe in dem moment vorbei war es werden sie kommen ist das hier die insel direkt schon ja ja ach so da oben ist den habe ich noch nicht komme ich darum das ist da oben das skelett drohen es gibt ja auch das ging zu verschieden ist kürze auf dem web das ist auch eins wenn du da hast dann keine ahnung was bekommst irgendeine kanone oder so kann man auch hier muss ich hoch schießen und ich habe mich absolut drüber geschossen ich glaube unser kannst du so sicherlich gerade eingefahren ist wir treiben noch ziemlich viel ja ich weiß nicht dass die insel schießt ich wurde ich hole das ich hole das versucht das schiff nicht untergeht zu lassen wir haben wasser ja einmal raus so gottes schießt zwei wie komme ich da hoch machst du die legs ja wenn es auswählen würde schaust das ich töte die weiß es nicht hörst du es auch das wird das wasser nicht mehr steigt ich bin runtergefallen sind da oben haben wir da und oben sind okay ich habe mir das beide gebrochen ja ich versuche die gerade zu töten aber beschwerst verletzt versuch gerade darauf zu schießen mit der kanone habe ich ich bin oben zu spät die ob sie oder ja sie sind tot sie sind tot darf man den kanonen habe ich habe mich darum gehen gefeuert ja das ist geschafft ja das war einfach dich mit sich mit dem city mode draufsetzen sind immer weil sie kann man immer und machen y gedrückt halten und dann hast du so ein rad hier ist auf jeden das retten ist ja ja und hier ist ja viel leichter ja das war ich mir was bekommt dafür ich setze mich drauf ja scheiße ja es gibt eigentlich muss man findet man die mit zu tipps und es gibt ein paar die kannst du direkt machen und paar kannst also gibt es so verschiedene stages und muss erst ein paar bevor du die anderen kannst wahrscheinlich ist das eine später machen kannst eigentlich sollte das so zum leuchten anfangen ja egal ich habe kein essen ich habe mir das bein gebrochen ich will nichts haben wenn du tanzt dann kann ich nicht hab dir draus machen ich bin nass und stinkt nach rumpf kriegt man schaden wenn man ins wasser springt eigentlich nicht oder oder sie aus dem land ist zu nah am land halt das ist eine galeone da kommt eine galeone auf uns zu leute sie ist auch noch weit weg richtung das ist nicht das größte ja das größte da passen wo sind wahrscheinlich auch vier leute drauf südosten in die richtung hier ich komme darüber das ist vorbei hier die kommen auch von da irgendwo da ja doch ich sehe es waren die gerade auf und zu oder in die anderen sie kommen auf jeden fall näher ich glaube nicht dass wir alles glättet und abkommen können bevor die da sind wir können es probieren die kommt straight auf uns zu diga also wir sind wenn wir gegen den windfall sind wir schneller als die dann hängen wir die ab wollen wir jetzt abhauen oder hier machen wenn der wind von der seite kommt dann kann ich den schnauß lösen ich mache mich noch mal schade ich hatte ich warte ja das ist der falsche ja perfekt perfekt was habt ihr getan ich habe ich wollte mich selbst und habe auch sie getanzt aber sie kann auch das hier kommen die irgendwie f1 machen nur wenn du im auto muss dann kannst du mit er sich anschauen da kannst du sowieso aber wenn du das kannst du sowieso wenn du dich jetzt kannst du ehre machen dich anschauen da erschreckt mich wo wolltest du denn das war viel zu hoch aber der namen sicher trotzdem das kannst du ausmachen wie 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 einstellungen da gehst du auch dachte es gibt irgendwie so ein hotkey nee dann gehst du auf hat glaube ich oder genau auf porn hat 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 mit dem namens anzeige und dann nahm über meine crew anzeigen aus ok dann mache ich hierzu haben will er war da so ich war da war doch mich ich schaue gerade noch was ich machen soll hier er mich sieht man auf jeden fall davor also das ist habe ich auch drauf versteckt ich kann auch so sieht man mich dann noch ich sie mal noch wenn ich mich hier hinsetze schorten sitzt oben auf den stein und du machst irgendwas auf dem thron das schneide ich so aus der folge raus schickt mir das ist gut das wird gut ja kommt jetzt näher die stehen bei der kleinen insel doch ich glaube ja ich muss sie noch mal nachladen also kommt mit hier ist eine munitionskiste am land scheiß drauf ich bin jetzt auf dem weg hier ich lege die bananen ab und nehme die kokosnüsse was bringt mehr kokosnuss bringt mehr als banane ist das absolut beschissenste bananen sind richtig kacke ich nehme drei kokosnüsse naja vier kokosnüsse was war die munitionskiste hier der mango ist besser als kokosnüsse hier scheiß auf dich das ist ähm da ist ein munitionskiste hier hier ist ein pulverfass das nehme ich mit das hat mir gar nicht mich auf feuerkopf willi wurde ich getauft ja ok du bist aber willi willi wills wissen ich habe mich einfach nur was ich nicht was bringt das ist das beste ist das sind so viele ananas ist kannst du zweimal ist und ich habe die leiche von apfel angeschossen weil ich gedacht habe das wäre einer ok auf der fähre er sagt noch renn mich rein ich glaube rückwärts hinter mir als sprengt mich einer die luft hast du hier das secret schon genommen kommt da einer mit sprengen oh ich bin so hart tot alter hier ist was eingekratzt ist das durch da kriegst du du bloß ananas ist das beste ananas sogar eine halbe ananas zu essen bringt eine hälfte macht sich full life egal wie wenig leben durst was das ist wo ist die munitions gesappel und dann hier ist es ist wo die kanone musst du bist der höhen stellen bleibt ja von außen an also wir haben uns so her geschossen ach so jetzt klappergestelle also das sind übrigens das waren gerade pflanzenskelette die heilen sich ins wasser und dann ich habe mich aber weggepäht ich schaue mal kurz wo die galeone bleibt gold acht jahre das ist ein und insta captain zwei stück wo sie kämpfen direkt hier das sind gold captain ja die sind alle gold er lockt ins wasser dann rosten die dann sind die langsamer und sterben schneller hier ist ein lagerküste und ist ein brandbomben lass die position keine muni mehr das war einfach perfekt das war mein letzter schuss sind hier noch ja musik läuft ja hier ist auch ein kippen ich hab keine munition ich bring das schnell schon mal zurück also wenn du ihn ins wasser lockst dann rostet er dann kriegt er ich weiß nicht ob er schaden dadurch kriegt aber er ist extrem langsam wir kommen zurück mit ja ich muss mir auch mal holen warum rostet gold was hier gerade passiert wo du aufs schiff gehst manchmal wenn du an gewissen eigentlich ist das wenn du irgendwo stuck gehst dann backscreens du und gehst zurück zum schiff und es gibt gewisse spots wo du einfach reinspringst und instants weil es einfach bugs sind oder weil es einfach weil das game scheiße ist ja weil die weil das spiel aber nicht damit klarkommt ich wurde einfach mies weggepäht wobei das ist manchmal gut weil dann kannst du halt viel schneller aufs schiff oh ja los endlich mal ein garst wieder was das ich denke mal ich denke mal dass das so aus ich bin und wir geparkt sind fertig da hinten das ist die kürzene und mit dem kunden und wir geben bei der der werden werden er braucht sowas wir gut dann zurück zum schiff 3 sind die abtun so lange dass man dass das geht ja wir wollten sowas ja ein affe der arme die arme sau wenn er nicht mitspielen will ja er ist bei mir verpasst ja kein internet ist es beim leeren zu hause wie sie ja hab ich was getroffen jetzt hast du mich viel weiter runter ja ja klar aber ich wollte ich kann mal absetzen hatte ich nimm es runter perfekt wer kommt denn da jetzt alles daher waren es morgen so viele mobs war es das ja ich glaube so verfehlt hat irgendwer doch mal geachtet ob die galleone ja lass mal hier kommen die schwierigen aus Oh, er hat was gedroppt! Ich geh hin! Vorsicht, da ist noch einer. Der vergast dich ab. Sirenen-Saphir! Ja, der ist mächtig, den kannst du bei jeder Fraktion abgeben und der bringt viel Geld. Wollt ihr irgendeinen mit der Hauptbahn hoch? Der Hauptbahn ist schon mal, oder nicht? Es gibt Sirenen und Meerbrauen-Saphire. Smaragde und Rubine. Der Meerjungfrauen-Saphir hatten wir. Schaust du's, Digger? Ja, Töte kommt da. Skelette wie ein wahrer Pirat. Ey, wollt ihr die Goldköpfe hingefallen? That's gotta be the best pirate I've ever seen. Goldköpfe, alle unten. Welcher ist denn das hier? Serien-Saphir, den hatten wir noch nicht. Wir hatten nur den Meerjungfrauen-Saphir. Aber wie war die Reihenfolge? Weil die sieht nicht mehr. Wir müssen Richtung Süden. Straight Süden. Ist ja nicht irgendwo. Ah, das sind Reaper. Ah. Ah, der wird zweit. Wir müssen nach links. C, keine Galleone. So, wenn der so spart... Ja. Ja. Gut, da will ich sagen, das... Warte, wer hat die Anmucke gemacht? Ja, ich. Ja, okay. Ja. Du kannst aber auch gerne die Abmahn machen, wenn du willst. Okay. Dann will ich sagen, das war's für die Folge. Ah! Oh Gott! Er hat gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Warte, ich muss ihn jetzt so kümmern. Stirbt doch! Ach, Warte. Gibt sich das aus? Ja, das geht sich aus. Gut, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Jordan vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!